So, Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Steffis Duft Bar. Ja, ihr Lieben, ihr habt schon länger kein Unboxing mehr von mir gesehen, denn die letzte Zeit war natürlich viel los mit unserer Sensi Family Reunion, mit der Mega Incentive Reise, die ich mir erarbeitet habe. Aber jetzt habe ich gedacht, die Wolfbox ist gekommen. Und ich weiß, viele wollen immer gerne vorab wissen, was da drin ist. Und deswegen dachte ich mir, wir packen einfach schon mal aus. Heißt, wenn ihr euch überraschen lassen wollt, wenn ihr nicht wissen wollt, was in der Box ist, dann bitte jetzt einmal abschalten und gegebenenfalls später nochmal reingucken. Aber das Video ist für alle, die es nicht abwarten können, die nicht die Katze im Sack kaufen möchten, sondern wissen wollen, was in der Wolfbox drin ist. Und ich finde, die Wolfbox diesen Monat passt so richtig schön zu unseren Temperaturen. Die ist so richtig, richtig schön sommerlich frisch. Und ich versuche mal, dass wir das Video relativ kurz und knackig halten. Mal gucken, ob mir das gelingt. Also, wir haben zum einen wieder ein kleines Begrüßungsschreiben, was immer so ein bisschen das Thema der Box hervorrufen soll. Dream big, live happy. Großträumen, glücklich leben. Ein schöner Spruch für den Jubeläum, ich finde. Und ja, wir fangen mal an. Es gibt wie immer einen kleinen Eindruck auf den neuen Duft des Monats. Es gibt ja jeden Monat einen Duft des Monats, der in dem Monat auch minus 10 Prozent hat. Diesen Monat ist das Tahitian Twilight. Der ist richtig, richtig gut, wenn ihr Kokos mögt. Und im August wird es der Duft Pink Leather sein. Und von der Duftbeschreibung her ist er eigentlich recht bärig. Also, ich glaube, es waren Himbeeren und Erdbeeren mit drin. Aber eben auch Leder. Und darüber konnte ich mir nichts vorstellen. Aber jetzt, wenn man dran riecht, kann man sich's vorstellen. Also, das ist quasi schon ein hölzerner Duft, aber mit so einer fruchtigen Note im Hintergrund. Also, ich bin eigentlich nicht die hölzerne, aber der ist wirklich, wirklich mega angenehm. Also, halt einfach nicht süßfruchtig, sondern so ein bisschen herbfruchtig. Pink Leather. Den wird es ab 1. August geben mit 10 Prozent Rabatt. Das heißt, da zahlt ihr für das Bar nicht 8,50, sondern 7,65 Euro. Genau, das ist das erste Highlight aus der Box. Als nächstes haben wir eine Handcreme mit drin. Und Glück für mich, auch noch gerade meine Lieblingssorte, Just Breathe. Ich finde die richtig, richtig gut im Sommer, weil die hat Minze mit drin, Eukalyptus und Limetten. Also, das ist so ein Cocktail-Feeling. Aber eigentlich, finde ich, erinnert die mehr an so einen schönen, frischen Aufguss in der Sauna. Also, für mich ist das so ein richtiger Wellness-Duft. Und durch die Minze aber im Sommer, wenn ihr die auftragt, hat das so einen leicht kühlenden Effekt. Und die ist halt mega pflegend mit Aloe Vera. Wer die noch nicht ausprobiert hat, probiert sie unbedingt mal aus oder holt euch mal ein Pröbchen davon. Die ist richtig, richtig gut. Genau, die habt ihr drin. Die hat eigentlich einen Wert von 12,75 Euro. So, dann haben wir noch etwas ganz Frisches. Und zwar einen Sandpack, also ein Wäschesäckchen. Da sind hier hinten, ist quasi das Duftgranulat drin. Und dann habt ihr hier so ein Hängerchen. Ist eigentlich dafür gedacht, dass ihr das in den Kleiderschrank hängen könnt, um dass der einfach immer einen frischen Duft hat. Ihr könnt dieses Säckchen aber auch super in den Koffer packen. Jetzt im Sommer, wenn es vielleicht in den Sommerurlaub geht. Dann habt ihr nicht diesen muffigen Geruch, der sich so entwickelt mit der Zeit im Koffer. Den haben wir einmal. Und ihr könnt es auch ins Auto hängen. Eignet sich auch super als Autoduft. Ihr könnt es in die Schublade legen, wo ihr zum Beispiel eure Bettwäsche aufbewahrt. Ich habe sogar eins in der Sockenschublade drin liegen. Also überall, wo ihr einfach einen schönen frischen Duft haben möchtet. Da könnt ihr das reinpacken. Und den bekommt ihr in der Whiffbox. In dem Duft Make a Splash. Make a Splash ist super schön fruchtig. Der hat Melone mit drin und grünen Apfel. Noch ein bisschen was anderes, aber das riecht ihr schon durch das Säckchen durch. Also durch die Tüte durch. Richtig frisch. Den habt ihr drin. Hat einen Wert von 10 Euro. Also sind wir schon bei 22,75. Und dann bekommt ihr noch zwei Wachsbars. Und auch die sind in so einem richtig schönen sommerlichen Duft. Das ist einmal Cloudberry Dreams. Das ist ein Duft, der riecht nach Himbeere, Pfirsich und nach Rosen. Und das ist, finde ich, eine richtig, richtig coole Mischung. Weil, ja, das ist einfach so richtig schön frisch. Also die Rose, wenn es zu viel Rose ist, kann das ja mal leicht parfümig riechen. Aber ich finde, Cloudberry Dreams durch den Pfirsich und die Himbeere macht es die Rose so ein bisschen sanft. Also der ist einmal mit dabei. Und dann Daydream Oasis. Ich kann zu dem Duft gar nicht wirklich viel sagen, außer dass der richtig frisch ist. Gestern hat mir eine Kollegin verraten, hier sollen angeblich auch Noten von Melone drin sein. Und Birnenblätter. Wie Birnenblätter riechen, ich weiß es nicht. Aber der ist auf jeden Fall richtig schön frisch. Also einfach ein richtig angenehm frischer Duft. Mich erinnert das so ein bisschen an so eine leichte Meeresbrise. Also der ist auch sehr angenehm. So, ich habe es geschafft. Wir sind relativ zügig diesmal dabei. Und das Letzte, was ich euch noch zeigen möchte, was drin ist, ist wirklich mega. Habe ich letzte Woche gerade erst eine in mein Badezimmer gestellt. Schaut mal, eine Duftblume. Kennt ihr die Duftblumen schon? Ich liebe die. Und zwar haben wir hier auch noch gerade meinen aktuellen Favorite von den Düften. Und das ist Coco for Coconuts. Ja, also ich finde, Kokosnuss passt einfach mega zum Sommer. Und der riecht nicht nur noch Kokos, sondern der hat tatsächlich auch noch so ein paar fruchtige Aspekte mit drin. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es Ananas ist oder ob es Mango ist. Auf jeden Fall ist es leicht fruchtig. Und ich habe ja gesagt, gerade letzte Woche habe ich genau dieses Produkt. Ich weiß gar nicht, welche Blütenform haben wir denn hier drin? Wir haben Dahlia. Okay, ist eine andere Blütenform wie die, die ich mir jetzt ausgesucht hatte. Aber, Achtung, da ist sie. So sieht sie quasi ausgepackt aus. Hier ist halt nur eine andere Blütenform drin. Aber das kann auch immer mal variieren. Auf jeden Fall ist es vom Prinzip her ähnlich wie diese Stäbchen, was ihr wahrscheinlich schon hier und da mal im Flur stehen gesehen habt. Aber der Unterschied ist, hier kommt richtig, richtig Duft raus. Denn bei den Stäbchen oder bei generell diesen Systemen, wo man mit Öl was reinsteckt, geht es eigentlich darum, dass der Duft sich über die Oberfläche entfaltet. Und bei Stäbchen hat man halt nicht viel Oberfläche. Und guckt mal bitte, wie viel Oberfläche hier da ist und wie groß auch. Ganz, ganz viele verschiedene Blüten. Das ist übrigens ein Naturprodukt, die Blüte. Die wurde aus Solarholz handgefertigt. Ja, also wirklich wunderschön. Und das Glas könnt ihr, wenn die Blume leer ist, auch super als kleine Blumenvase dann nochmal benutzen. Also ich liebe die. Schafft normalerweise so gute 10 bis 15 Quadratmeter zu beduften. Allerdings kann ich euch sagen, ich habe die hier unten in unser Gäste-WC gestellt. Das ist wirklich klein. Also es hat vielleicht 6, 7 Quadratmeter. Aber die Tür ist offen und es beduftet den kompletten Flur. Also dieser Duft hat echt gute Power dahinter. Theoretisch sollte sie 60 Tage lang euer Zuhause beduften. In der Praxis kann ich euch verraten, meine stehen mindestens 3 Monate. Je nachdem, welche Sorte, sogar mal 4. Mein Maximum war mal 5 Monate, dass ich sie stehen lassen habe. Also das kommt natürlich auch darauf an, wo steht die, wie groß ist der Raum. Aber ihr habt auf jeden Fall Minimum 60 Tage Duftfreude hier mit. Und das ist auch eine super, super schöne Geschenkidee. Wenn man mal auf eine Grillparty eingeladen ist, auf einen Geburtstag, wo auch immer, könnt ihr immer super schöne Duftblume verschenken. Anstatt einem Blumenstrauß, der nach 14 Tagen die Köpfe hängen lässt, finde ich immer so schade. Genau, also das ist einmal der Inhalt der Wolfbox. Ihr habt die Duftblume. Die hat übrigens einen Wert von 22,75. Die habt ihr mit drinnen. Dann habt ihr eine super leckere, pflegende Handcreme mit dabei. Dabei ihr habt einen Sandpack für euren Kleiderschrank und zwei Wachsbars, falls ihr schon eine Lampe habt. Genau, das ist der Inhalt. Und der hat einen Wert von circa 63, 64 Euro. Und ihr zahlt aber regulär nur 50 Euro für diese Box. Also ihr seht, ihr habt da einen mega Mehrwert drinnen. Noch dazu verrate ich euch, wie immer, zum Schluss noch den kleinen Trick. Wenn ihr die Wolfbox etwas günstiger haben möchtet, dann geht ihr auf meine Webseite, scrollt ganz nach unten. Dort findet ihr den Button Sensi Club. Und nicht erschrecken, das ist kein Club-Abo, keine Falle, sonstiges. Ihr könnt es auch darüber nur einmal bestellen und danach direkt wieder entfernen. Aber der Vorteil ist, wenn ihr die Wolfbox über den Club bestellt, dann bekommt ihr 10% Rabatt ab einem Wert von 42 Euro. Und die Box kostet ja 50 Euro. Dementsprechend spart ihr euch da 5 Euro und bekommt die Box dann für 45 anstatt für 50 Euro. 5 Euro haben oder nicht, das gleicht schon wieder die Versandkosten zu euch nach Hause aus. Und dann könnt ihr, wie gesagt, entscheiden, wollt ihr die jeden Monat, jeden zweiten oder jeden dritten Monat haben. Ist aber auch völlig okay, wenn ihr die Bestellung einmal abschickt und es danach direkt wieder rausnehmt. Dann habt ihr einfach nur 10% gespart. Genau, das zum Schluss wie immer mein kleiner Spartipp. Ansonsten danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß. Ihr könnt euch auch gerne melden für die Sammelbestellung oder ihr shoppt einfach direkt über meine Webseite. Und ihr wisst ja, ich bin euch super, super dankbar, denn mit jeder Bestellung unterstützt ihr unser kleines Familienunternehmen. Und ja, an dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön. Macht's gut. Bis ganz, ganz bald. 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 Bis ganz, ganz bald.